Ah, 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 ist so. Alles spenden, mega. Der Pex ist auch noch mal dran mit, n Hunni. Alles klar, Alter. 1-3 komplett. Ey, lass mich mal bitte snipen, die E-Runde. Ey, Chris, mal noch n Scheiß. Ich kann auf der Map snipen. Ey, Chris, lass mal Dings da, lass mal, äh, mal ganz gediegen Dings da, ein bisschen Wager spielen, Alter. Ich werd das gechillt erstmal hier zocken, Alter. Wenn wir hier so spielen, kann man irgendwie Wager spielen. Matchfinder können wir halt echt spielen, aber Challenges noch nicht, würde ich sagen. Bäh. Matchfinder da, ein Euro durchkneiden. Mir nichts. Ich hab die gestunnt. So, one shot. Einer schon durch A. Warte, warte. Noch eine A drin, noch eine A drin. Nico, was hast du mit dem gemacht? Nice. Digga, der Arme. Guck dir das an. Ich hab's gesehen, du bist beiseite gescafft. Ey, der war nicht mal Rundshot, ne? Cool. Digga, der saß da ganz gediegen im Eckchen. Ich hab's gesehen. Kann sein, dass der weak war durch den Wallbank von den Impacts. Digga, der saß da am Eckchen. Ich lauf vorbei, ich schiefe mich an und dann kann der... Du hast ja gerade eh nichts zu tun, du denkst. Du wirst die Fall machen, dann tap. Gebe... äh, kleiner Raum, ne? Ich hab einen gestunnt. Noch einer am LKW. Vorne einer Bombe. Boah, one shot, one shot, one shot. Oh, mit einer, mit einer, mit einer. Oh, Alter, wollt ihr mich verarschen? Die Spiele, Junge. Hab ich noch nie gesehen. Digga, die standen da zu... Oh, ne. Alle 3 auf B, ne? Also... Ja, genau. Geh da drüber, dann hast du wahrscheinlich 2. Ne, da ist keiner. Einer, wenn du jetzt mit reingehen würdest, sitzt rechts in der Ecke. Mhm. Bereite dich darauf vor, dass wenn du einen abschießt, dass gleich der andere... Ja. Absolut die Heroes, Alter. Bestimmt ja rechts in der Ecke oder so. Oh, jetzt kam er. Schade an Lucky, Mann. Alles gut. Absolut. Absolut die Heroes, Alter. Goldammer, Alter. War schon mal ne Frechheit, wie ich grad gedroppt wurde, Alter. Ne Frechheit. Ja klar, so Frechheit, Junge, der kriegt da 4 Schüsse... So, Jungs, wir sind bei 7 Stunden streamen. Können wir noch die 12 Stunden Vollimpact haben. Der Front needs that ammunition. Nichts dann. Hey, ist der, Jungs? Habe ich, alles gut. Ich lauere, 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 ich lauere. Nein, 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 nein. Moin, Aime. Mann, ich hätte auch nicht rein können. Alter, die haben geclamped hinten am Sport, ne? Die haben gedacht, die Bombe kommt zu denen, Alter. Die haben... Ich glaube, wir haben Kohle durch. Der eine saß an Kohle, so in der Ecke. Der andere saß hinter Bier in der Ecke. Absolut check. Hier nochmal, durch. Ich spiel gerade nur noch SDG, ne? Naja, ich auch. Ich spiel gerade keinen. Alter, klar, aber ja. Ich smoke, ich smoke. Ich bin One-Shot, bin noch im LKW. Komm. Hilf mir mal. Oh, auf den Kisten. Digga. Ne, ich versuch was über mit. Digga, aber das kann ich... Das muss schneller gehen. Digga, ich konnte nicht. Ich stand in der Ecke und du wusstest, dass ich es ja war. Da hast du, Digga, du hörst mir direkt, Alter. Aber dann hast du dich hingelegt. Ich wusste, ich wusste nicht, dass... dass er dich gesehen hat, ja. Rechts, rechts, Bus. Kann man sich da nur so dreckig hinlegen. Kann man sich da nur so dreckig hinlegen. auch haben, ja. BP90, Alter. Komm, Jungs, jetzt. Alles geht normal. Ah, ja, Alter, zeig ich dir mal. Ich geh mal jetzt aus, der ist. Das hol ich dir mal. Digga, Junge. Die sind jetzt noch nicht eins von BV gekommen. B-Pulsand. Ich nade. Alle drei da, kleiner Raum, schon einer durch und zwei hinterm Truck. Hast du den ja Bier? Einer, kleiner Raum, einer, kleiner Raum. Ich glaube, einer ist durchgegangen, Chima. Ja, einer ist durch. Glock. Der ist Block. Einer kommt dir entgegen, Ipex. Komm, zeig ich dir mal. Helft ihr? Weiß ich bin jetzt vom Feier weggegangen, ja? Komm, underground. Ich glaube, ich habe eingehört. Ja, opa. Beide, geh weg. Beide auf A, beide auf A. Also nicht drauf, der eine war noch bei Fire irgendwo hinten und der andere war schon ein A. Oder hat auch ein A drauf. Dennis, geh weg mit dem Pistol und dann pusht da rein, wo denn? Na. Nee, ist schon wieder einer. Mitte down. Jetzt nah drin. Warte, ich warte auf dich, chill. Ich habe den noch richtig gehört. Wie viele Punkte? 200. Ich auch. Mach einfach. Der ist geil, das Gott hier, ne? Welcher? Sehr mal. Ich habe auch richtig gehört, dass hier auf A. Gang wird. Nein, ich habe mir noch einen Überfahrer gehört, wenn du reingehörst, dann wieder zur Mitte. Komm, das auch mal auf Augen. Ich habe das Pennien. Ich bin nicht verletzt, liebe. Ich kann nicht verletzen. Ich bin nicht verletzt, aber du wirst nie verletzen. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Wir sind nicht und verletzt. Alter, hast runtergesprungen? Ja, jetzt war B-Spieler. Mitte! Nice. Den zweiten hab ich so auseinandergenommen. Ja, das war krass, ich hab's ja gesehen. Hammersbald! Ich erinnere mich gerade an die MBR Zeiten. Alles wegbasiert haben. Ist so. Einer von dir. One-shot. Hier kommen Nades. Zwei Stück, was auf. Ich bin dauernd. Einer, ich hab dich angehettet. Geh weg! Oh, long an der Tonne. Fuck. Bro, Aime! Wo bist du? Chill, chill. Oh, ne. Oh, wo ist der das? Wir sehen. Oh, jetzt. Mann, Alter. Wo kam der jetzt hier? Von B, oder? Safe. Oh, er rinnt einfach rein. Neu! Hör doch auf, Alter. Ey, mal so ein Timing hab ich das jetzt mal gemacht. So ein Tod zu kriegen, Alter. Drei, aber gut. Lass wohin noch mal? Lass D, D. Okay. Diesmal nämlich aber MP, Alter. Angeht das Mitte? Ich will gar nicht von One-Shot. Die Finals haben die... Ey, die Finals haben die... Ja, ich weiß. Boah, ey. Mitte, Mitte durchgebuscht und Kohle rein. Oh, genau dann, Alter. Digga, was war das gerade? Ich hab' den noch nicht mal gesehen mit, äh, an dem Trucker bei der Bogen. Nein, Alter, wie die da stehen, ey. Er hat alle viel gut, das heißt, wir brauchen gar nicht mehr auf B gehen, Ende. Massenpenetration, da, naja, ich hab' euch mal schon mal auf B, oder? Ich hab' da eigentlich... Also ne Fake-Nate werfen, dann gehen wir aber auf A. Das ist ja sinnlos da, Alter. Jesus. Heftig auf B, oder? Krass. Krass. Ah, eine A. Komm, wir gehen. Geh kaputt, geh weg! Ich wurde genaded. Ich bin down. Ich bin down nicht. Ich bin One-Shot A. B down. Eine hinten im Spawn. Geh kurz raus. Neat mal Bier. Komm, wir down. Hä? Mann, Digga, du... B kann ja nicht durch sein, ne? Nee, ja, ja, doch. Kann ja schon, Alter. Geht alles. Ach, auf, Fad, Mann. Was machst du denn da? Ich hab' ja alles, Dennis, auf der A-Seite. Was, du? Okay, der guckt das B. Okay. Na, kurz so. Na bitte, Bier. Tschül, tschül. Gehen wir weg. Bier. So, ein ekelhaft Resport. Ja, Mann. Ja, Mann. Da guckt halt keiner rin, ne? Ja. Let's go boys let's row me gegen die jetzt. Ei boll mehr gegen die, ja? Ja, Mann. Komm, ich smoke jetzt. Ich hake FAKE-Nade. Mit auf B. Ja. Rüber. Lass, Digger, lass- Ja komm, wir knall dich zuerst durch. Einer B-Dom, B-Dom, Einer B-Dom, Pass auf, Einer B-Dom, Safe Call. Ja, geht Leder rein. Oben Leder, One-Shot. Habt ihr den? Ja gut, ich plane der. Passt auf. Warte, ich helfe dir, ich helfe dir. Mitte oben, Mitte oben, Mitte oben, kommt glaub ich wir? Einer kommt long. Lange hab ich. Einer lang, noch, 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 noch. Einer war lang. Der letzte war lang, der letzte war lang. Der kommt von A vorne. Rechts kommt er. Alter, wie schnell hat der dich geholt? Wie schnell hat der dich geholt, Alter? Ich hab hier wahrscheinlich Scum-Mode an, Alter, oder sowas, keine Ahnung. Hm, die Krieger wollten sich nicht mehr gönnen. Ja. Schau gleich. Wollt du rein suchen? Ich will nur, dass du weiiss.